So, willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Weiter geht's mit einem herzlichen Moin Moin und mit Hogwarts. Und ja, wir fliegen jetzt einmal zurück zu Madame Kugawa, beziehungsweise die Frage, ob wir zurückfliegen müssen. Guck mal, wenn wir schon hier sind, nehmen wir auch Merlins Aufgabe gleich mit. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Nicht genug Malvenkraut. Okay, wir müssen Malvenkraut das besorgen. Ja. Aber nun fliegen wir aber zurück, oder reisen kurz zurück zu Madame, Madame Dingbums. Wo Kawa und das Unterrichtsrunde, wo ist denn Malgams Kawa, okay. Verfolgen wir und dann müssen wir einfach eine Idee. Und da, das ist ja dann ungefähr hier so, ne. Gut. Die anderen Sachen müssen wir nämlich tagsüber machen, ist mir aufgefallen. Und tagsüber waren wir dann noch nicht. So, guck mal, siehst du da oben? Guck mal rein, rein. Wie kamen Sie mit den Aufgaben zurück? Madame Kugawa, ich habe Ihre Aufgabenliste abgearbeitet. Wunderbar. Ich nehme an, Sie sind mittlerweile besser mit Ihrem Besen vertraut? Ja, Professor. Das freut mich. Machen Sie weiter so. Vielleicht kommen Sie eines Tages in die Quidditch-Mannschaft. Falls Black Quidditch jemals wieder erlaubt. Nun, da diese Aufgaben erledigt sind, beginnen wir. Glatius. Glatius. Achten Sie auf Ihren Zauberstab. Glatius. Sehr gut. Sie sollten Ihren neuen Zauberspruch hier in meinem Büro üben, ehe Sie ihn auf die Welt loslassen. Machen wir. Okay. Ich muss einmal Glatius. Äh, Glatius. Glatius. Ah, da oben ist er. Okay. Glatius. Na bitte. Sie lernen schnell. Schön vereist. Sehr gerne Madame Kugawa. Wunderbare Neuigkeiten, dass Sie den Lehrkörper von Hogwarts aus einem neuen Führer mitgebracht haben. Ich wage zu behaupten, dass unsere gemeinsame Arbeit in Hogwarts weniger erweitert sein wird, als unsere Zeit am Hafen von Yokohana. Aber man weiß ja nie. Ich freue mich darauf, Sie mal wiederzusehen. Sollten Sie in der Zwischenzeit Fragen haben, zögen Sie bitte nicht. Ein neues Zischen. Herzliche Grüße, Mathilda Weasley. Okay. Gut. Wir haben aber noch mehr Aufgaben. Nicht nur das. Denn wir können noch ein paar andere Sachen abgeben. Dafür müssen wir natürlich tagsüber hin. Aber das kann man ja trotzdem machen. Und zwar diese hier. Den besuchen wir jetzt. Karte gucken. Da. Das ist direkt ein Reisepunkt. Da reisen wir direkt hin. Dann machen wir schon mal den Kräuterkundeunterricht am Tag. Gerne. Du kannst die Zeit beschleunigen, indem du die Karte öffnest und R3 drückst. Machen wir direkt mal. Ja. Hä? Das wäre jetzt nicht Tag geworden, wie ich sehe, ne? Oder bin ich jetzt verkehrt? Hoch. Okay. Warte hier um die Zeit vom Tag bis zur Nacht oder von der Nacht bis zur Nacht? Ja. Ich denke, sie sind bereit für Resto Momentum, den Verlangsamungszauber. Damit frieren sie Objekte oder Personen in der Luft ein. Okay. Mhm. Wo ist sie denn? Wie wunderbar, dass wir uns wiedersehen. So, ich habe meine Aufgaben erledigt, Professor. Schön, das zu hören. Professor Weasley wird es auch freuen. Ich werde Sie wissen lassen, wie gut Sie sich hier machen. Danke, Professor. Professor Hackett sagte, dass sie Ihnen Levioso beigebracht hat. Nun sollten Sie für einen fortgeschrittenen Schwebezauber bereit sein. Wingardium Leviosa erfordert etwas Konzentration und eine schöne, anmutige Stabbewegung. Mal sehen, wie Sie sich anstellen. Bin ich auch gespannt. Bei korrekter Ausführung sollten Sie in der Lage sein, Felsen zu heben, als wären es Zweige der Sumpfschafgabe. Das sah auch gut aus. Zumindest für meine Verhältnisse. Professor Garlick, hätten Sie einen Moment Zeit? Die Pflanzen ruhen, also ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Ah, okay. Besser unterrichten Sie Kräuterkunde. Ich wollte nur fragen, was Sie dazu bewogen hat, Kräuterkunde zu lehren. Nett, dass Sie fragen. Ich hatte schon immer eine Vorliebe für Pflanzen. Daher ist meine Arbeit hier ein wahrgewordener Traum. Nach meinem Abschluss bat man mich, für meinen ehemaligen Kräuterkundeprofessor einzuspringen. Er hatte nämlich einen kleinen Unfall. Er war sicher und tröstlich. Aber für Sie war es ein Glücksfall. Hm, nun, er hat sich nie wirklich um die Pflanzen gekümmert. Das konnten Sie spüren. Sie wären überrascht, wie scharfsinnig eine Pflanze sein kann. Jedenfalls begann der Ärger, als er eines Tages einen Wiggenbaum anschnitt. Zu seinem Pech verbarg sich in den Blättern ein Boat-Truckel. Sie erinnern sich sicher an die wunderbaren Geschöpfe, die einem Zweig ähneln. Der kleine Kerl stach dem Professor ziemlich heftig in die Augen. Das war sicher schrecklich. Für den Professor vermutlich auch. Und da haben Sie als Professorin für Kräuterkunde übernommen? Nicht ganz. Nach drei Wochen im St. Mungo-Hospital erlangte er ein klein wenig Augenlicht zurück. Er bestand darauf, ins Gewächshaus zurückzukehren. Innerhalb einer Woche hat er, angeblich aus Versehen, einen chinesischen Kaukohl getreten. Und schwupps war er wieder im St. Mungo. Wie grauenhaft. Was für eine Pechsträhne. Er tat mir natürlich leid. Aber ich wage zu behaupten, dass ich mehr Mitleid mit dem Kohl hatte. Nach seiner Entlassung hatte sich seine Gleichgültigkeit gegenüber Pflanzen in Verachtung verwandelt. Er verlor das bisschen Geduld, das er noch hatte. Mit einer besonders temperamentvollen Venemosa Tentacula. Und, tja, die daraus resultierende Beurlaubung dauert bis heute an. Ich bin froh, dass alles so gekommen ist. Ich bin froh, dass alles so gekommen ist. Und Sie jetzt Kräuterkunde unterrichten. Sehr lieb von Ihnen. Ich liebe diese Gärten und helfe meinen Schülern gern beim Wachsen. Es war schön, mit Ihnen zu sprechen. Einen schönen Tag noch. Oh, und nicht vergessen, seien Sie nett zu Wiggenbäumen. So, abgeschlossen, die Scheiße. So, wir wollen das Ding mal testen hier. Also ich zumindest. Ihr dürft zugucken. Und, ähm, das ist der hier. Ah, warte mal. Ah, okay, warte mal. Jetzt kann ich den... Kann ich den drehen und nach vorne und hinten schieben. Das ist natürlich gut. Kann ich auch hochbekommen? Jo. Okay, das ist natürlich cool. Cooler Zauber. Gut. Aber das war doch längst nicht alles. Denn wir haben ja noch ein paar Sachen fertig gemacht. Über in der Nähe der Zinnen das Fliegen. Okay. Ballons kaputt machen wahrscheinlich. Über in der Nähe des Cambridge-Turms das Fliegen. Das wollen wir jetzt nicht. Aber ich habe doch noch irgendwas fertig gehabt hier, ne? Fasern und Gericht am Tag besuchen. Das wollte ich auch machen. Äh, warte mal. Genau. So. Wahrsagen am Tag ist da. Äh, gleich hier hin. Ja. Das grasen wir kurz mal ein bisschen was ab. Bevor wir mit der Geschichte gleich weitermachen. Mit der Hauptgeschichte. Aber ein bisschen stärker müssen wir werden. Und ein paar bessere Sprüche müssen wir haben. Was geht's? Ab in den schrulligen Turm. Der ist wirklich schrullig. Was geht's? Der Grimm. Okay, wir müssen jetzt wieder reden. Dann gibt es uns immer einen neuen... Hup. Schau mal, die Tische. Da ist sie. Was haben wir denn? Ich hoffe, die Aufgaben waren... Ich habe alle Aufgaben erledigt, Professor Ohnai. Sehr gut gemacht. Obwohl ich zugegebenermaßen so etwas wie eine Vorahnung hatte, dass sie es schaffen würden. Natürlich. Da sie zweifellos ihre Wahrnehmung durch meine Aufgabe geschärft haben, frage ich mich. Sie wissen, dass die Gegenwart und die Vergangenheit Spuren des Kommenen offenbaren können. Was sehen sie also in ihrer eigenen Zukunft? Hm. Ich spüre Gefahr. Ich habe irgendwie das Gefühl, als drohe Gefahr. Ich verstehe. Solche Omen sind nicht zwangsläufig schlecht. Sie können uns vorbereiten. Da ist so ein Moon-Ding daneben. Und sie bereiten sich vor. In diesem Augenblick. Aber das Gerede über morgen sollte uns nicht von ihrem jetzigen Erfolg ablenken. Ich informiere unsere stellvertretende Schulleiterin über ihre vorbildlichen Leistungen. Und wenn diese Leistungen ein Omen für ihre Zukunft sind, dann bin ich mir sicher, dass wir noch Großes von ihnen erwarten dürfen. Natürlich. Lenken Sie Ihre Magie auf das Ziel. So. Neun Zauberspruch. Sie haben den Dreh raus. Möchten Sie den neuen Zauberspruch an der Puppe üben? Klar, in welcher Puppe. Warte ab. Natürlich. So. Wow. Sie haben den Dreh raus. Ich wusste es. Ziemlich cool. So, warte mal. Habe ich eigentlich ein neues Talent bekommen? Ein neues Talent bekommen? Ne. Also beim nächsten Talent müssen wir auf jeden Fall, ähm, das hier nochmal machen. Dass ich nochmal, ähm, meine Zauber nochmal als extra Ordner machen kann. Mal so mehr zu wechseln. Das dauert irgendwann auch im Link. Und es wäre auch besser, wenn man von jeder Art Zauber etwas hätte. Damit man zum Beispiel die roten, die lilanen, die gelben Zauber auf einmal hat, wenn man gegen Gegner kämpft, die sich schützen wollen. Dann macht das schon Sinn. So, ich gucke mal, ob wir noch trinken. Habe ich noch irgendwas hier? Da. Gibt Larry Moody das... Ja, die habe ich ja leider noch nicht. Binde die ersten Autos von Arthur's Schatzkarte. Die Konkurrenz. Deswegen sprich mit ihm mit der Rays. Ach, da soll man mal fliegen, ne? Flüchtige Begegnung. Das ist zu stark. Binde die Schmetter im verbotenen Wald. Die Pulso, den haben wir. Ich würde sagen, wir machen jetzt Urkotzhelm. Urkotzhelm. Was ist denn, was das ist? So, wir müssen uns treffen mit ihm. Ich gucke mal kurz bei der Ausrüstung, ob ich nachher was machen kann. Das Ding könnten wir nochmal... Müssen wir in den Raum der Wünsche nochmal... Das ist die Frage, was wir schnell nochmal machen. Wenn wir schon hier sind. Lassen wir uns auch mal schnell den Raum der Wünsche eiern. So. Mal schnell dahin eiern. Dann haben wir Raum der Wünsche und dann lassen wir das Ding einfach kurz mal analysieren, identifizieren, um zu sehen, was der ganze Chrome so kommt, ne? So, runter. So, unser Haus-Elf ist auch schon da drin. Okay. Gucken wir uns den mal an. Versteht ihr? Erhöht der Schaden mit Defendo. Oh, das ist natürlich cool. Dann nehmen wir den doch mal lieber. Und dann müssen wir... Urkotzhelm. Urkotz. Was denn hier heißt. So, wo ist dann der? Da drüben. Sieht da hin. Ne, das Unterrichtstunden-Tierwesen. Die können wir auch als erstes machen, ne? Oder? Wäre auch nicht schlecht. Ja, lass uns das nochmal machen. Lass uns nochmal den Tierwesen-Unterricht auch nochmal schnell machen. Bevor wir irgendwas anderes machen. Das ist eine gute Idee, finde ich. Dann haben wir die... Dann machen wir die Fortsetzung der Story. Aber vielleicht hilft uns das ja, dieses Tier-Ding. Könnte ja sein. Das ist auch ein Rätsel hier mit den Dingern, ne? Was es genau ist, wissen wir nicht. Okay. Vielleicht müssen wir die auch bei Nacht mal besuchen. Hier. Das ist so ein Rätsel. Das können wir auch schnell lösen. Also, ähm... Okay. Das ergibt 5. Und das oben ist 0. Das heißt, das Frage-Sache muss eine 2 sein. 0, 0. Dann müsste das... Und das nicht. Das Tier sein, genau. Und das andere gibt 12. 4. Und das Einhorn ist ja eine 1. Das sind 5. Das heißt, da müssen wir die 7 haben. Die 7 bei den... Bei den... Da. Die 7 muss hier hin. Und die 7 ist... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist dieser Oktopus. Ja. Und auch hier rein. So. Ja, easy zu... Erstmal muss man so ein bisschen Mathematik und dann ist man da drin. Das ist eigentlich ziemlich easy. Falls ihr das erst mal guckt, kann ich das kurz erklären. Die Tierkreise, äh, die Tiere da, sind Zahlen. Hier unten, links unten, was immer das sein soll, ob es eine Eule ist, ich weiß nicht, ist die 1, das Einhorn ist... Äh, ist die 0, Entschuldigung. Das Einhorn ist die 1. Das Tier da drüber, die 2. Dann kommt der dreiköpfige Drache für die 3. Das andere Tier da oben ist die 4. Dann 5-armiges Viech da oben. Dann eben diese Echse mit 6, ähm, Oktopus mit 7, äh, Spinne mit 8. Und unten die Medusa mit 9. Und dann muss man das halt nur ausrechnen, ne? Ist halt ein bisschen... Ist eigentlich relativ einfach, deswegen sind das wirklich easy Aufgaben. Aber so richtig coole Sachen findet man da drin noch nicht, ist mir aufgefallen. Aber vielleicht kommt es ja irgendwann. Oh, ist hier drin, sollen wir kurz reingehen? Wir gehen mal hier rein. So, kommt da rein. Gibt hier was Cooles? Eine kleine Truhe. Machen wir jetzt ein paar Münzen. Hier ist ein Brief. Mögliche Spiele für das Klassenzimmer. Levitationsstunde. Ermutigen Sie die Schüler, Blöcke durch erhöhte Reifen in ihr geschweben zu lassen. In Waffen und Ausweich verbessern Sie Expelliarmus und Reflexe. Ziele auf Zack, zurück zu den Grundlagen mit Würfelhürgen. Okay. Nicht-invizierer Gegenstand. Gut, gut, gut. Können wir mal machen. Gucken, was hier oben ist. Wenn hier oben irgendwas ist. Ah, Mist. Das ist ja gemein. Stufe 2. So, wir wollen zum Tierwesenunterricht. Wir sind gerade davon abgekommen. Das machen wir jetzt schnell. Ja, man verliert sich so ein bisschen im Spiel. Das muss ich zugeben. Hoffentlich stört es euch nicht allzu sehr. Das müssen wir nachher mal identifizieren. Die Sache machen wir jetzt aber nicht. Jetzt gehen wir wirklich zum Tierwesenunterricht. So, hier runter. Gibt noch einen runter? Genau. So. Jetzt kamen wir gar nicht so weit vor. Oh, er steht auch irgendwie nicht nur 20 Meter oder so. Ja, da geht es nicht rein. Ah. Mein Gott. Es ist wirklich im Arsch der Welt. Okay. Jetzt sind wir gleich da. Ich hoffe es. Dass die Rüstung da einfach mal sinkt. Das ist ja lustig. Alter. Das ist doch viel dichter dran. Okay. War doch nicht so dicht dran. Guten Flug. Guten Flug. Was haben Sie jetzt vor? So. Tierwesenunterricht. Fangen wir an. Willkommen allerseits. Willkommen allerseits. Ah. Sie haben schon einige der Tierwesen kennengelernt, die wir hier studieren. Okay. Man sollte diesen Kreaturen mit dem nötigen Ernst begegnen. Sie sind alle auf ihre Weise gefährlich. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie man richtig mit ihnen umgeht. Okay. Anscheinend sind viele von ihnen aus der Übung. Gehen wir noch einmal die Grundlagen durch, wie man sich um ein Tierwesen kümmert, ja? Miss Sweeting, würden Sie bitte unserem Neuzugang in der heutigen Stunde helfen? Ja, Professor Howen. Hallo, ich bin Poppy. Poppy Sweeting. Keine Sorge wegen Professor Howen. Sie übertreibt manchmal. Alle Tierwesen hier sind ungefährlich. Miss Sweeting, passen Sie bitte auf. Die Zunge eines Knuddelmuffs hat es durchaus in sich. Äh, ja, Professor. Hier, du kannst an Gerald eben. Achte bloß auf seine Zunge. Okay. Du kannst meine Bürste benutzen. Sei sanft. Mit den Tierwesenbürsten? Ich stelle mir ganz vor, dass es ihm dann noch mehr Spaß macht. Okay. Ernsthaft? Nee. Achso, das Ding. Wie schön. Er fühlt sich sicher viel wohler. Ich glaube, er hat Hunger. Würdest du ihm etwas Tierwesenfutter geben? Klar. Was denkst du, wonach das Granulat für Gerald schmeckt? Ich hoffe nach Süßigkeiten. Gerald mag dich. Da bin ich mir ganz sicher. Das freut mich. Er scheint sehr lieb zu sein. Das ist er. Güte ist eine seiner besten Eigenschaften. Gleich nach Ehrgeiz. Und Reinlichkeit. Gute Arbeit. Nun machen wir uns zu den Gehegen auf und wählen ein anderes Tierwesen. Uh. Und bitte, seien Sie beim Füttern und Versorgen achtsam. Du hast ja auch einen Greif bekommen, oder? Miss Wheating, warum zeigen Sie unserem Neuzugang nicht die Kniesel im hintersten Gehege? Komm schon. Die Kniesel sind hier drüben. Das sind Katzen. Das sind fette Katzen. Ah. Knieselschnurrbart-Haare sollten mir ein paar Knuts einbringen. Genug für einen Einkauf beim Honigtopf. Oh oh. Das ist echt nicht lustig. Los, komm. Hm. Diese beiden haben nichts in der Nähe der Klasse zu suchen. Zukünftige Wilderer. Persephone hat sie sofort entdeckt. Danke für deine Hilfe. Machen wir weiter. Füttere und bürste die Kniesel so, wie du es bei Gerald getan hast. Okay. Was soll für danach? Die Kniesel haben dich wirklich gern. Sie erkennen einen guten Menschen. Genau wie ich. Es scheint, unsere Zeit ist abgelaufen. Bitte schließen Sie die Gehege und gehen Sie hinaus. Das sind wir hier. Lohn, wo ist denn unser Neuzugang? Ah, da sind sie ja. Ich würde sie gerne sprechen. Sofort. Ich füttere die auch noch kurz. Da ist ein Diricol. Ah, sehr gut. Hm. Gut, dann reden wir mit dir. Hallo, Professor. Sie wollten mich sprechen? Ganz recht. Wie war Ihre erste Stunde in Pflege magischer Tierwesen? Wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Ich bin ein kleiner Schleimer. Sie scheinen zu verstehen, dass Tierwesen unter der richtigen Führung eine maßgebliche Rolle in unserem Leben spielen können. Einige bieten uns Materialien voller magischer Kräfte. Bei der richtigen Pflege. Das bedeutet auch, sie nicht für ihre Schnurrhaare zu quälen. Das haben sie übrigens gut gemacht. Überlassen sie es aber das nächste Mal lieber mir. Ja, Professor. Die sind fast so schlimm wie die Rohlinge aus Rookwoods Meute von Wilderern. Leider sind wir es, die darunter leiden. Überall tote Tierwesen. Eine furchtbare Verschwendung. Sicherlich kann jemand die Wilderer zur Rechenschaft ziehen. Das Ministerium vielleicht. Hm. Wie optimistisch von ihnen. Aber warum konzentrieren wir uns nicht erst einmal auf das, was wir kontrollieren können? Professor Weasley bat mich, einige Aufgaben vorzubereiten, die ihnen helfen sollen, zu den Fünftklässlern aufzuschließen. Halten Sie Ausschau nach meiner Eule. In der Zwischenzeit rate ich Ihnen, sich Wissen über so viele Tierwesen wie möglich selbstständig anzueignen. Hm, okay. Pst, pst. Hier drüben. Hm. Was denn? Was willst du denn? Brauchst du etwas, Poppy? Nochmals vielen Dank, dass du etwas gesagt hast, so dass ich es nicht musste. Du warst wie ein Orkiri am Mittag in der Wüste. Ich hoffe, das ist etwas Gutes. Das sagen meine Oma und ich immer. Es heißt, jemand oder etwas ist eine willkommene Überraschung. Oder zumindest bedeutet es das für uns. Ich konnte nicht einfach nur zusehen und nichts tun. Wir sind uns ähnlich. Tatsächlich gibt es da jemanden, den ich dir gerne vorstellen möchte. Im Wald. Das klingt interessant. Jetzt bin ich neugierig. Nun gut. Geh voran. Das hatte ich gehofft. Okay. Aber wer ist das? Ein Hypogreif. Endlich. Ich nehme nicht einfach jeden mit. Du bist bisher der Erste. Hypogreif. 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 Tja, danke. Schätze ich. Wie gesagt, wir sind uns ähnlich. Mhm. Das hat mich überrascht. Klar. Das war ein Wetter. Findest du nicht auch? Poppy, wohin bringst du mich? Es ist wirklich besser, wenn ich es dir zeige. Keine Sorge. Ihr sind fast da. Es ist gleich da vorne. Bleib zurück. Geil. Endlich. Das ist Wolkenschwinge. Ist sie nicht einfach wundervoll? Na los, sag ihr Hallo. Oh, aber Vorsicht. Du musst Hypogreifen immer mit Höflichkeit begegnen, bevor du dich näherst. Verbeug dich. Verbeug dich. Ja, da kommt es. Verbeugt er sich auch? Ja. Jetzt können wir streicheln. Ich wusste es. Ich habe noch nie erlebt, dass... Der Bruder von Seidenschnadel. ...an jemanden gewöhnt. Du kannst sie gerne füttern und bürsten. Wenn ich Zeit habe, schaue ich nach ihr. Bringe ihr was zum Naschen und erzähle ihr, was im Schloss los ist. Man sieht es ihr nicht an. Aber sie ist eine furchtbare Wichtigtuerin. Ziemlich cool. Ziemlich cool. Muss man einfach mal sagen. Sie war genial. Ich finde sie genial. Nicht zu fassen, dass du mich ihr vorgestellt hast. Ich wusste, dass ihr euch verstehen würdet. Sehen die Schüler etwa deinetwegen Hippogreife über dem verbotenen Wald fliegen? Hm, könnte gut sein. Wusstest du, dass ein Hippogreif immer für einen da ist, wenn man sein Vertrauen erlangt hat? Ich habe das mit ihr selbst erlebt. Sag mal, wie genau bist du Wolkenschwinge begegnet? Das ist eine lange Geschichte, aber ich habe sie vor einigen Jahren vor Wilderern gerettet und in Sicherheit gebracht. Danach war alles gut. Bis jetzt. Wie du vielleicht weißt, haben wir hier ein Wilderer-Problem. Ich befürchte, sie könnten sie erneut einfangen. Und dann bin ich vielleicht nicht da. Professor Hauen hat die Wilderer auch erwähnt. Sie meinte, wir könnten uns nicht auf die Hilfe des Ministeriums verlassen. Ich bin nicht oft einer Meinung mit Professor Hauen, aber ich fürchte, sie hat Recht. Der Einfluss der Wilderer wächst. Ich sehe sie täglich im Dorf. Sie spazieren herum und reden mit den Leuten. Die haben irgendwas vor. Ich weiß nur nicht was. Hm. Das klingt seltsam. Als ob die etwas vor hätten. Ganz genau. Ich werde dem mal nachgehen. Herausfinden, was los ist. Was sie tun. Das würde ich machen. Das ist eine gute Idee. Wissen ist Macht. Und je mehr ich weiß, desto besser kann ich sie beschützen. Du wirkst unbeirrt. Erzählst du mir, was du herausfindest? Oh, also gut. Mach ich. Ich muss los, aber ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Auf jeden Fall. Also, Schluss, Unterrichtsstunde Tierwesen. So. War auch nicht verkehrt. Haben wir ein bisschen Unterrichtsstunde wieder gemacht. Geht mal kurz hier was. Gut. Gucken wir mal. Ich bin aber überlegen, ob wir jetzt noch wirklich die Aufgabe machen müssen. Oder nicht. Weil. Ist ja schon ein. Ist ja schon bestimmt was Größeres. Was wir machen müssen mit dem Urkurtshelm. Aber ich würde die ganz gerne machen. Aber ich glaube, die machen wir trotzdem erst beim nächsten Mal. Aber wir können ja schon mal in die Richtung reisen. Was haltet ihr davon? Da müssen wir hin. Da müssen wir auf jeden Fall hier rein, damit wir da hinkommen. Das ist das Hogsmeade, ne? Da können wir ja auch rein. Sagt mal. Jetzt sind wir dichter dran als beim anderen. Einmal Hogsmeade reisen. Und von da aus dann weiter. Das würde ich sagen. Das macht am meisten Sinn. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. So, aber jetzt müssen wir da hin. Das heißt, dann können wir doch auch. Ja. Da hinlaufen. Halt. Okay. Da ist er. So. Ich bin bereit. Geh mal hinterher. Hm, das ist auch ein... Was ist das für ein Relikt, das ich holen soll? Ein wertvolles Erbstück, bekannt als Urkortshelm. Urkorts. Die Hexe sah sich als Sammlerin und kaufte den Helm als Schmuckstück. Ihr war egal, welchen Schmerz sie den Kobolden zufügte. Kobolde glauben, dass der rechtmäßige Besitzer eines Gegenstands sein Erschaffer ist. Nicht sein Käufer. Zauberer sehen die Dinge anders. Ein Wunder, dass Kobolde und Zauberer je zusammenarbeiten konnten. Es gibt unzählige Unterschiede zwischen uns. Ganz offensichtlich. Es mag sie überraschen, aber ich halte diese Unterschiede nicht immer für unüberwindbar. Das ist der Grund, aus dem ich heute mit ihnen zu diesem Grabball reise. Und die Das ist der Grund. Gehen wir noch? Oh, wir müssen unsere Sachen da nochmal ändern. Das ist ein besonderes Helm. Was verloren ging, was uns die Zauberer genommen haben. Es zurückzuholen würde den Kobolden viel bedeuten. Und Renrock. Er wäre mir dankbar, wenn ich es zurückgeben würde. Okay. Jetzt ist mir alles klar geworden. Klar. Ich hoffe, dass unser Bündnis Früchte trägt. Nochmals viel Glück. Gut. Ich werde hier sehnsüchtig ihre Rückkehr erwarten. Das machen wir aber nicht heute. Das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.